Hallo Leute hier ist wieder euer Ripper und heute wollte ich euch wieder ein neues E-Stack zeigen und zwar ein Jumpscare E-Stack auf der Karte Shadows of Evil. Ihr solltet das vielleicht kennen von Mob of the Dead und Origins, denn dort haben die Entwickler von Twerk schon mal so ein Jumpscare E-Stack eingebaut und genau so eins in der Art gibt es dann wieder auch Shadows of Evil. Ich wollte euch in diesem Video zeigen wie ihr das Ganze aktivieren könnt und dazu benötigt ihr als erstes mal einen Sniper und ihr braucht noch eine Grundvoraussetzung, denn ihr könnt das Ganze nur sehen bzw. nur aktivieren wenn ihr Packer Punch geöffnet habt. Das heißt ihr müsst hier vier Rituale öffnen und dazu werde ich oder bzw. habe ich dann wahrscheinlich schon ein Video hochgeladen und das könnt ihr dann in der Beschreibung anschauen. Solltet ihr nun jetzt alle Rituale gemacht haben und Packer Punch geöffnet haben und eine Sniper besitzen, dann müsst ihr jetzt ganz einfach zu den Waterfront Bereich gehen. Das heißt dort müsst ihr ganz einfach zu den Docks gehen bis ihr ganz unten angelangt seid, wo auch die ganzen Schiffe sich befinden und wo sich der Raum des Boxers befindet. Und wenn ihr jetzt nun dort steht müsst ihr ganz einfach in Richtung Schiffe schauen bzw. außerhalb der Karte. Dort befindet sich in der einen Ecke so ein rotes Schiff oder so rote Türen und so weiter. Und wenn ihr auf diese rote Türen guckt, dann werdet ihr dieses hier sehen. Ja und das ist wie gesagt einfach nur ein kleines Jumpscare E-Stack, was die Entwickler da eingebaut haben. Was mich ein bisschen stört ist, dass das Ganze nicht so schön sauber aussieht wie bei Mob of the Dead oder bei Origins. Denn da war das Ganze im Sniper-Visier oder in diesem Sniper-Zoom drinnen und hier erscheint einfach so ein viereckiges Richtofen-Zombie-Bild, was eigentlich auch schon mal ziemlich cool ist. Aber ich finde es leider nicht so ganz schön bearbeitet bzw. als Laie könnte man sogar meinen, das Ganze wäre gefakt. Aber das Ganze ist wirklich auf der Karte Shadows of Evil enthalten und ihr könnt das Ganze ja mal selbst ausprobieren, wenn ihr da mal spielt. Und könnt auch vielleicht eure Freunde ein bisschen trollen, wenn ihr natürlich Lust dazu habt. Und das war es jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Easter Egg Tutorial. Ich hoffe natürlich euch hat es gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Euer Reaper.